hallo und herzlich willkommen zurück zu corekeeper natürlich ist der rucksack aufgeräumt wie soll es anders sein ich habe noch ein bisschen housing betrieben ich habe mir so ein bisschen rum gespielt so trophäen ausstellen und leuchtepflanzen drumherum ich habe hier unsere base mal ein stück erweitert und ich habe einen provisorischen friedhof so weit angelegt ansonsten ist hier auch nicht viel passiert ich habe noch ordentlich hingeholt können wir gerade nicht schnell zu reingucken also zu liegen hammer 43 und 55 sind hier noch mal drin also ich würde sagen kann sich sehen lassen 99 stück kammer und ich würde mir als erstes gerne das schwert oben machen schleim brauchen wir noch eine schleim so jetzt häufig das stimmt ich habe auch überall mal ein bisschen türen eingesetzt dass man schneller durchkommt acht körper war mist kann man sich alles herstellen was da drin ist oder immer nur eins von den sachen wahrscheinlich auch eine gute frage naja lassen wir uns mal überraschen ah ja nee du musst nur die zutaten haben gemstone und hier braucht man auch gemstone okay ich würde sagen wir machen als erstes mal das schwert boah geiles ding oder nice sagen wir da so ein schleim schwert und wie ihr seht ich habe hunderte und ein essen in der tasche ich möchte mit euch heute nämlich einen nach raum anschauen den ich beim letzten mal entdeckt habe ich habe mich noch nicht rein gegraben ich dachte das machen wir zusammen ich mache mal den schleim damit rein so ein schwer zerlegen wir gleich mal da schmeißen wir raus holz nehmen mit schild nehmen mit brückenteile hammer essen haben wir mal wer mal ist ich zeige es auch ganz kurz mal auf der map den raum den ich meine der ist hier und da liegen schienen wie gesagt ich habe noch nicht rein geschaut das heißt ich würde schnell hoch flitzen und dann hole ich euch gleich wieder dazu ich glaube wir kommen dem ganzen ein bisschen näher ich habe meine kleine abkürzung hier gebuddelt und ich hole euch erstmal dazu das stück hier haben wir noch aber ich glaube das ist schnell gemacht da ist auf jeden fall auch ein raum und was ist das das sollten wir uns vielleicht mal angucken kann man überall ein bisschen licht verteilen sonst sehen wir wieder nur die hälfte komm mal was ist denn das es ist zu hart ok zu hart ist gut diamant oder könnte sein das nehme ich natürlich alles sehr gern war das mit kiste 17 haben wir schon wieder und wir haben noch eine feder gefunden hier noch mal vielen dank an der stelle ja man kann die auch mit space benutzen genauso wie das schild ist mir zu dem zeitpunkt irgendwie gar nicht aufgefallen vielen dank so und da seht ihr auch schon den raum mit den schienen da werden wir uns jetzt mal amüsieren ich bin sehr gespannt ich nehme mir gerade mal noch das ganze zinn mit wenn es hier schon separat liegt ach ja guck mal an kann mir die schienen auch abbauen das wäre geil ja ich glaube es nicht auf jeden nehme ich die mit ne ihr wisst ja ich will auch so eine schnelle reisemöglichkeit haben ja wie cool das nehmen wir noch mit hier also es macht echt spaß die hüllen hier so zu erforschen vor allem ja cool weil ich habe nämlich auch schon einen kleinen aber feinen weg angefangen für unsere s-bahn verbindung möchte ich mal vorsichtig formulieren ich kann es glaube ich auf der map auch mal zeigen man sieht es hier eigentlich recht gut hier wohnen wir und hier ist so der erste weg in dieses biome damit es da einfach ein bisschen schneller hingeht falls jetzt hin brauchen ich gehe davon aus wir werden wahrscheinlich mehrere linien machen ist das also echt coole idee oder ich mag das total so nehmen wir die dinge hier noch mit aha eine holz angel was ist das hier eine zinn angel ok ja ja nice guck mal 52 stück haben wir von den ich habe nicht überlegt okay wenn du so viele schienen bauen musst das ja blöd weil das kostet ja voll viel zinn ne mal gucken gibt es dir da noch einen weiteren raum auf der map schauen zwar hier überall mal ein bisschen licht machen menschen ach noch so eine klammerte ich habe auch mal ein paar rüstungen zwischen den folgen beim händler verkauft muss aber sagen rock nicht so ne also echt cool hier aber ich habe das gefühl das war es schon weiß nicht was da drüben ist wir haben aber vielleicht reicht noch rüber kommen wir probieren dann können wir vielleicht schon die ersten schien legen unseren wagen brauchen wir noch weil ich will das ding mal testen wo sind wir jetzt hier gelandet hier waren wir auf jeden fall noch nicht kommen wir da auch mit einer brücke genau ach nee kann ich die gar nicht mehr einsammeln ach doch so aber bestimmt fehlen uns jetzt eh brücken oder ah nee wir kommen hier hin so totenkopf gab es wow ich habe mal einen als deko auf dem friedhof platziert ich fand das irgendwie passend okay hier ist nicht mehr so viel los vielleicht mal gucken wo wir auf der karte sind naja wir sind hier okay kommen wir wieder in den bereich rüber und das ist hier wahrscheinlich diese schnellstraße die diese spinne da benutzt guck mal ich glaube das zieht sich einmal ganz rum guck mal wie klein das ist was sie erst aufgedeckt haben ich hoffe wirklich nicht dass die karte so groß ist sonst würde ich ja gar nicht glücklich so das heißt ich würde mich nach Hause geraben mit euch fix oh guck mal hier sind eine menge pilze die will ich aber noch da ist auch noch was zinn wahrscheinlich oh das wollte ich nicht aber das mit den schienen ist ja echt cool ne ach ich schlag die mal aus Versehen doch da bin ich mal gespannt ich bin auch gespannt wie schnell die lora ist ich würde sagen wir schnappen uns hier gerade noch ein bisschen zeug wenn es hier sich so anbietet mal mit der spitzhacke kommen wir durch das bejogen natürlich ein stück ein stück schneller so dass hier noch und dann gehen wir aber auch mal mit der spitzhacke kommen so jetzt muss ich mal gucken was ist denn hier der schnellste weg naja wir gucken nämlich mal ob wir noch was basteln wollen da drüben ist auch noch man 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 überall da will ich ja nicht noch gar nicht weitergehen so kurz ein blick auf die wir sind richtig so du hast schon wieder hunger jo das können wir da können wir was gegen tun so hier hast du noch einen zack schmeißen wir aber gerade mal das zeug raus oh ja bisschen kupfer haben wir zusammen gekriegt und ein bisschen zinn haben wir auch zusammen gekriegt ja nice und 52 schienen das ist geil ich zeige euch das jetzt mal kurz das habe ich mir hier so überlegt warum ist denn hier die tür offen nein habe ich die tür offen gelassen seht ihr die strecke geht schon einige meter dann könnte man nämlich per schnellstraße quasi einmal so durchdüsen so naja das ist ein hallo nervkopp dass die immer die dinge hier abbauen müssen mensch die fackeln was soll denn das ach guck mal, das verlangsamt die Gegner echt, das ist echt cool oh, hör auf damit, hallo danke dass die Dunkelheit so mögen, ich versteh's gar nicht was ist los bei denen? ich hab ja extra Fallen hingestellt, damit die da drauf gehen hier drüben ist auch schon wieder alles dunkel ich liebe die Fallen, die sind so gut echt jede Fackel hier, ey oh, das soll ich gar nicht unglaublich, oder? die sind so fleißig, da guckst du kurz nicht hin da haben sie gefühlt alle Fackeln abgebaut, ey boah, was ist da los, guck mal iiii so, ich wollte eigentlich mit euch hier wieder drücken, ey ey, überall lungern die schon wieder rum ich hab hier erst sauber gemacht, ne? Wahnsinn der Respawn ist gut so also, zurück zum eigentlichen Thema ich wollte hier nämlich die Strava bauen Straßenbahn Autsch und ich muss mal gucken ich weiß ja nicht wie es ist, wir müssen mal eine Lore bauen und einfach mal eine kleine Teststrecke machen so ich weiß gar nicht was eine Lore kostet, aber ich glaube so teuer war die nicht, oder? könnten wir eine hier auch mal zumachen wir gucken mal kurz ah ne, die gab es hier und die Lore kostet 10 Wood und 10 Zinnbarn 10 Stück komm, gönnen wir uns ja, wie geil Hätte ich gewusst, dass die Schienen so klein sind dann hätte ich gar nicht, äh dann hätte ich den Gang gar nicht so breit gemacht, ne? ich ich verbaue die mal alle, oder? ja können wir mal, wie gesagt, eine kleine Testfahrt machen ja ja, guck mal die kannst du sogar auf auf Holzbrücke ganz locker machen jetzt bin ich so gespannt nee, komm wir setzen sie ganz ans Anfang ganz an den Anfang Gönnen ah, guck mal ist das cool, oder? aber man muss aber gedrückt halten ja, ok cooler Sound, oder? ja, nice das ist ja also, da werden wir eine Menge Spaß haben wie gesagt, der verbraucht halt einen Haufen Zinn, ne? warte mal, lass uns nochmal gucken was kostet die Schiene? ah, ein, immerhin, ne? doch, cool so, lass uns nochmal hier fix alles ausräumen ja, schon wieder ein bisschen Zeug zusammen, so auch ein bisschen was für die Händlerkiste, Hermione, aufstehen wir müssen mal eine richtige Händlerkiste anlegen alles, was wir dem Händler verchecken wollen ach, warte mal da habe ich nichts da habe ich so gedöhnt Döns Tasche und die Angel und so die würde ich schon alle oh, guck mal, ich habe einen Lava Ring gefunden oh man, wenn man beide hat, ist mein Immun gegen das Verlangsamen durch den Schleim das ist ja auch geil jetzt lass uns mal gucken, was bringt uns der 14 Mining Damage doch, guck mal, da ist gleich 240 Leben wow, wow cool so, hier haben wir nichts hier noch auch nicht ein bisschen so, Samen haben wir noch ohne Ende boah, und die Gartenarbeit steht auch schon wieder an, gell ei 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 so, komm, wir machen schnell die Gartenarbeit zusammen dann haben wir das auch mal gesehen Farmsimulator ja, aber die Testfahrt mit der Lore war ja echt super hat gut funktioniert gleich gucken wir aber auch nochmal in die Werkbank, wenn wir hier gegärtnert haben was wir uns nach Pascheln wollen na mehr Paprika boah bald reichen uns die Felder nicht mehr, ha Gießkanne, Gießkanne, Gießkanne 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 So, einmal im Schnelldurchlauf Oh, nein, nicht kaputt machen So, ich habe die Gießkanne natürlich auch gleich wieder aufgefüllt Dann ist das nämlich gleich erledigt, gell? So, wir haben auch noch eine blöde Tasche, die Angel wieder oben rauf Die Holzangel, die kicken wir mal weg, hätte ich gesagt, oder? Boah, guck mal, wie viel Paprika und Beeren wir haben So, ich kann mal hier das Zeug wieder zurücktreiben Ey, Wahnsinn, ich habe das vor der Folge Ohne Scheiß, direkt vor der Folge habe ich das eigentlich zurückgeschnitten gehabt, ne? Guck mal, das ist ja unglaublich hier So, ich ende jetzt aber nicht alles So, hier habe ich noch Sand, die würde ich gerne hier loswerden Wunderbar Mal hier mal Tür zu Ähm, irgendwas Sandiges habe ich Achso, Sand war neuerdings hier, so Und schmeißen wir auf jeden Fall einen Ring raus Das ist alles der gleiche Ring, ne? Könnte man natürlich dann bei der nächsten Händlerrunde wieder verchecken Den ganzen Scheiß hier und das Okay, auf zum Kochtopf noch, zack Ich würde sagen, die lassen wir auch durchlaufen, oder? Jo, komm Boah, wie viel Zeug man zusammen sammelt Ey, ist so geil Ich brauche einen größeren Rucksack, habe ich da schon erwähnt So Ein Blick auf die Map Ich würde als nächstes Also ich glaube ja, in dem Bion hier Muss es irgendwo ja noch einen Boss-Mob geben, ne? Weil der Schleim, der war hier Und irgendwo hier muss es auch noch eingeben Und ich glaube, das ist so ringmäßig aufgebaut, ne? Wie man sieht Ich bin so gespannt Aber heute wollen wir die Folge mal nicht so ganz übertreiben Deswegen würde ich sagen, wir machen hier mal heute einen Cut Und als nächstes würde ich mit euch mal so langsam in Steinbium reingucken Vorher decke ich vielleicht hier noch ein bisschen auf Und noch ein bisschen Zinn Aber mit euch gehe ich dann gleich in Steinbium Weil ich habe im Steinbium Ist auch schon eine Folge her, glaube ich Eisen gefunden Das ist natürlich so das nächste Ziel Was fehlt uns denn hier? Die Eisenwerkbank Ja, und die anderen natürlich auch Aber die Eisenwerkbank wäre natürlich sinnvoll Dann kriegen wir Sachen aus Eisen Das ist ja spitze Ja, dann bedanke ich mich bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Dann, ja, genießt die Zeit Bleibt mir gesund Bis gleich Ciao